Teams aus muskelbepackten Kerlen in Röcken trafen in Zwiefalten aufeinander. Da konnten die rund 800 Besucher nämlich die Highland Games betrachten. Der Ursprungsgedanke war vor drei Jahren. Und zwar kam früher auf die SF-Firma American Gladiator. Da war ich ein riesen Fan davon. Ich wollte es in einen kleinen Rahmen. Anfangs machen, die Nachfrage ist extrem groß und es wird jedes Jahr mehr. Eine der Disziplinen, das Wassertransportspiel. Dabei geht es darum, möglichst schnell möglichst viel Wasser aus einem Bach zu holen. Ein Spieler steht im Bach und schöpft einem anderen Wasser in seinen Rucksack. Der Spieler mit dem Rucksack rennt über einen Hindernisparcours zu einem Fass und lässt das Wasser aus dem Rucksack hineinlaufen. Das Team, das am meisten Wasser gesammelt hat, gewinnt. In erster Linie ging es aber nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß.